Und wir spielen Schwall ins All und die Teams sind Pujan und ich, Christian und José und der Tobias und der Marc. Und die erste Aufgabe für Tobias und Marc ist, nenne alle Dinge, die du machen würdest, wenn du stinkreich wärst, die dir einfallen. Jaft kaufen, im Geld schwimmen, 10 Autos kaufen, goldene Wasserhähne haben, 10 Villen kaufen, Noten kaufen, 10 Flugzeuge kaufen, meine Nachbarn ermorden lassen, 10 Paar Schuhe kaufen, einen Rolls Royce kaufen, 10 Händikopfer kaufen, einen Pool voller Sekt, 10 Jacuzzis kaufen, Was hast du denn mit der 10? Einen Learjet kaufen, 8 Sackhofs kaufen, Hunger in der Welt beenden, alle Kriege beenden, Metallica zum Privatkonzert einladen, 10, meine Band in den Charts, Auto war doppelt. Leider, du hast 10 Autos gekauft, du hast ein Rolls Royce gekauft. Vielleicht war das ja das 11. Das war bei seinen... Ich hab nur drauf gewartet, dass er sagt, 10 Autos kaufen, 11 Autos kaufen, 12 Autos kaufen, 13 Autos kaufen. 17 mit dem Abzug, 17. Genau, so. Und die zweite Aufgabe lautet... Joso nicht. Joso und Christian. Ja. Die zweite Aufgabe lautet... Du fängst an, Joso, du sagst das Erste. Oje. Nenne alle Dinge, die man im Urlaub tut, die dir einfallen. Sich eingreifen. Boot fahren. Ausschlagen. Wandern. Sport. Hä? Weiter. Surfen gehen. Essen. Quad fahren. Schlafen. Drachen steigen. Passieren lassen. Gleitschirm fliegen. Fußhütig schneiden. Tauchen. Ja, mach weiter, ich mach das. Tauchen. Schnorcheln. Achseln. Wohin? Fahrrad fahren. Rundschluck machen. Innenspinner. Pferdetour. Schlütschuh. Elefanten reiten. Fallschirmspringen. Safari. Schlupf. Also tauchen und schnorcheln war doppelt. Nein. Schnorcheln ist was ganz anderes an der Tauchen. Meine Presse. Ja, hat er recht. Meine Presse, da hat er recht. Nein. 24. 24. 24. Fußnägel. Kleid, hat uns gerettet. So, wer hat früher nicht. Wie viel hatten wir? 17. 19, ne? 17. Ihr hattet 18. Ist das das? 18 mit einem Abzug 17 und wir hatten jetzt 24. Alter, wir sind gut. So, das, äh, siehst du, ist das rosa eine dicke. Du fängst an. Du fängst an, Söder? Ja. Ähm, nenne alle Dinge, die man im Schwimmbad sieht. Badehosen. Badetuch. Bade, Bikinis. Dusche. Bademeister. Und Kleidekabine. Spind. Männer. Kasse. Frauen. Sonnenschirme. Wasser. Gras. Beckenrand. Beachvolleyballfeld. Fünfmeterturm. Kondome. Drei-Meter-Brett. Ähm, Wasserleiter, also so Beckenleiter, Leiter für in den Becken rein. Pommes. Schwimmhilfen. Cola. Schnorchel. Fanta. Ähm, 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 Taucherbrille. Handtuch. Ähm, buh. Ähm, Pommesbude. Schwimmvögel. Süßigkeiten. Ähm, ähm, Eisverkäufer. Ähm, und? Zaun. Stopp. Handtuch und Handtuch müssen wir abziehen. Schwimmhilfe und Schwimmflügel. Schwimmhilfe und Schwimmflügel müssen wir eigentlich auch abziehen. Ja, stimmt. Macht uns nix. Trotzdem 28. Ah! Ach komm. So, wer muss zahlen? Hier, ihr beiden muss zahlen. Was? Einer von euch. Einer von euch. Eieieieieieieieie. Die reichen wieder. Die bezahlen. Die bezahlen. Wie viel haben wir denn? Was ist denn hier los? Schoki Beloki hat wieder gezockt. Schrober Bärenherz. Wieder 10 Euro in die Kasse. Da geht mehr aufs Spendenkonto. Super. Und das geht alles an die Stiftung Bärenherz. Wir sehen uns wieder demnächst bei Schoki bei Noki. Zockt für Bärenherz. Tschüss. 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 Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt, damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.